Werbetexte, so bleiben Sie haften. Entdecken Sie eine geniale, einfache Art, selber Werbetexte zu schreiben. Und zwar in einer Art, als hätten Sie erlebt, nichts anderes gemacht. Sogar dann, wenn Sie sich bislang vor dem Schreiben gedrückt haben. Werbetexte sind der Diesel in Ihrem Umsatzgenerator. Ohne Werbetexte, und zwar gute Werbetexte, werden Sie aus Leads keine Kunden machen können. Ja, Sie werden noch nicht einmal Interessenten bekommen. Viele, die im Internet geschäftlich unterwegs sind, machen in Sachen Kundenwerbung einen gigantischen Fehler. Sie geben Unmengen an Geld für schöne Webseiten aus. Für Internetauftritte, die durch grafische Eleganz und utopische Professionalität bestechen. Und die Werbetexte spielen in diesem Konzept nur eine untergeordnete Rolle. Kein Wunder, dass diese Unternehmen dann Schiffbruch erleiden. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Natürlich muss Ihr Online-Shop optisch vernünftig gestaltet sein. Nichts spricht dagegen, ihn so attraktiv wie möglich zu designen. Aber Sie dürfen sich nicht der Illusion hingeben, dass Ihre Kunden nur deswegen bei Ihnen kaufen, weil Sie in Sachen Grafik Punkte sammeln können. Nein, der einzige Faktor, der aus Seeleuten wirklich Kunden macht, und zwar Kunden, die auch bezahlen, das ist ein vernünftiger Werbetext. Werbetexte liefern Ihren Kunden auf rationaler wie emotionaler Ebene alle Argumente, die Sie brauchen, um sich letzten Endes für Ihr Angebot zu entscheiden. Und auch, wenn Sie in SEO und Suchmaschinenoptimierung denken, dann kommen Sie um den Faktor Text einfach nicht herum. Denn Google und Co. interessiert sich nicht, interessiert sich einen feuchten Kehreig dafür, wie viel finanziellen Geldaufwand Sie in grafische Gestaltung Ihrer Webseite investiert haben. Google interessiert sich ausschließlich für Texte. Darunter fallen auch Werbetexte. Wenn Sie also in Sachen Umsatz bei Ihnen hakt, sollten Sie sich als allererstes um die Qualität Ihrer Werbetexte kümmern. Das können Sie entweder externen, aber auch teuren Spezialisten überlassen. Oder Sie greifen selbst die Tastatur. Lassen Sie sich dabei von meinem PC-Programm der Profi-Werbetexte die Feder führen. Der Profi-Werbetexte funktioniert wie Malen nach Zahlen. Das Programm sagt Ihnen von Anfang an und in jeder Phase des Werbetextentwicklung, was Sie als nächstes zu tun haben. Fast wie von Zauberhand entstehen so erstklassige Werbetexte, die auf Ihr Angebot maßgeschneidert sind. Dabei müssen Sie Ihren Text noch nicht einmal von Grund auf aus den Rippen schneiden. Holen Sie sich einfach jede Menge Anregungen aus den Vorlagen, die Ihnen der Profi-Werbetexte per Mausklick anbieten kann. Wie mit einem Textbausteinprogramm können Sie auf diese Weise persönliche Werbetexte auf professionellem Niveau stellen. Und noch ein Pluspunkt. Den gefürchteten Doppelcontent können Sie dank dieses Programms vergessen. Denn mit ein paar Mausklicks können Sie aus einem Grundtext mehrere Dutzend unterschiedlich formulierte Textvarianten erzeugen. So werden Sie von Google garantiert nicht abgestraft, wenn Sie sich mit Ihren Werbetexten gleich mehrfach im World Wide Web präsentieren. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunion.de Oder der direkte Link unter dem Video bei YouTube führt Sie dorthin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Wirklich? 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 Wirklich?